muss ich sagen mit der schönen waffe in die neue runde gleich hier rüber gehen woher drin ist das gleich das ist ja ein traum durch messer nehmen ja sehr gut messern ist bei dem echt am besten zwei schuss verschwendet zwei schuss nachgeladen super ballern schon wieder auch ziemlich nah schon wieder online sagt mutter wo ist sie ich glaube auch im dach warte mal ich kletter mal hoch das blatt die sind so nervig ja die sind echt übel schon an auf dich geballert mehr aber hier ist dieser dicke ohne kopf aber den lasse ich mal da habe ich keinen bock zu haben aber hier gibt es eine munitionskiste super dann ja ganz schön ja näher ok diese kleinen würmchen die darum krabbeln die sind auch widerlich ja so gebe ich mir mal eine kleine spritze jetzt hört man keinen mehr ab und zu mal aber gerade nicht da hat er am schuppen ist das hier sind zombies sie schon erledigt haben ich glaube die gehören zur deko genau ich finde es auch mal mies wenn die zombies dann aufstehen und so so hinweis aufgedeckt sehr gut schnauze wo jetzt eine munitionskiste das war schön hätte der mich nicht angegriffen wäre ich sogar noch dran vorbeigelaufen tja da siehst du mal hier ist er auch noch eine falls du brauchst na oder ja ob wir haben stimme gefunden auch sehr gut alter was ist denn hier los die gehen ja schon wieder ab wollen wir die spinne machen ja lasst uns mal die spinne killen hier dann kill all spiders das nehme ich mal mit der mit der spinne tanzt da kann man nicht rein oh hier ist sie ja schon die ist aber flinke vorsicht hier habe ich eine bärenfalle aufgestellt mitten auf dem weg oh ok ist auf jeden fall munition die sind gar nicht schlecht die bleibt da mal hängen aua jetzt ist sie aber was ich geil finde dass sie nicht rauskommt also ich kann jetzt hier mal gucken wo sie ist sie kommt wieder da geht ja ganz schön ab alte misstvieh gerade ich bin immer noch vergiftet jetzt schon besser ah hier ist die falle ne ja musst du aufpassen ich logge sie mal hier her komm komm put 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 vorsicht über dir was mir gefällt das gar nicht dass ich hier am eingang stehe ja das ist mist du wirst da wahrscheinlich voll weg gemäht wo ist sie denn ach da das ist sie lieber ah super ne doch nicht so jetzt alter boah das war aber ein schock so jetzt muss man warten bis sie verbannt ist ne ja du musst ja erst mal anklicken ne ach ja stimmt dieser ganzen aufregung hier habe ich das ganz vergessen da komm ich verbanne dich mal du kleine weihnachtsspinne mit den weihnachtssocken so mal gucken ob wir irgendeinen gegner sehen oder so aber jetzt bewegt sich da nichts oh gott der ausgang ist so weit weg müssen wir ganz links an die karte ran hoch ich sehe ein unten ja 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 mist da ist warte mal vielleicht treffe ich ihn zwei stück von denen alter der hat mich das ist ja unglaublich kannst du mich da wieder belegen ja ich glaube das macht sogar mehr sinn der hat mich da voll erwischt ja aber ohne zielfaktor ich bin so schlecht ja ich weiß nicht oh shit ich hatte auch erwischt ne ich lebe noch ja gut alter wo kommt der denn jetzt her hier wo sind die denn die schweine ich hab keine munition mehr das ist schlecht äh munition schon aber äh keine heilung das ist noch schlechter ich auch nicht was ist denn hier boah der hat mich schon wieder öffnet der ist echt gut der ist draußen ne ja aber ich weiß nicht wo vielleicht können wir auch einfach abbauen ah ah vor dir alter übel der ist hochgerannt der muss die ganze zeit da gehockt haben oder so äh äh